Und genau in der Sekunde, bevor sie sich trennen, der eine gewinnt einen Jackpot im Casino, so 150.000 Dollar und sowas. Und sie sagt, nein, jetzt bleiben wir zahlen. Und dann ist es so lässig, sie werden vom Richter gezwungen, dass sie diese Ehe durchgehen, mindestens 6 Monate, und sie ziehen zu ihm.